Zeit in Wechsel Suchen und zerstören Das Ziel verteidigen Feindliche Drohne gestanden Oh nein du ja Das Ziel verteidigen Das Ziel verteidigen die Bombe wird platziert! ja so macht man 5 Kills ohne AIM ich hab einfach das AIM von einem Bananenboot im Treff überhaupt nichts aber 5 Kills gemacht plus die Fuse ein Mensch weiß wie das vonstatten gegangen ist wir haben die Bombe wer ist hier ey wie kommt ihr denn da durch? da ist doch mein Luftschlag gerade lang gegangen uuuhh he 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 uuuhh rest in piss enjoy the gis die Bombe wird platziert die Bombe wird platziert und da ist Azazil mit der Stunt oh mein Gott geht der ihn nicht oder was? was für eine Maschine es ist nicht zu fassen ich hab irgendwie Bock auf AKU schon wieder oh wie immer ne Drohne alter ähm ok ich hab ihn nicht gesehen das war natürlich stark von mir ähm ähm Pahm Na dann vor die Reflexe einer besoffenen Schildkröte Wir haben diese Runde verloren Tja das sieht nicht gut aus, jetzt würde ich Sven missen Ich habe noch nie verstanden warum Leute in diesem Spiel Schildkröte spielen, aber egal Außer auf der Scorpion, da ist das asozial Ich schwöre mir mal Sweating Trotz des Ich habe mir schon am Anfang wieder gelatet Ich bin der nate hier nicht Ich wollte den nate Der nate ist auch nate, ne Ich bin der nate! und meine Dekhani auf! Zahra an den Ferienbohr! Hey! Was ist das denn? Unsere Drohne ist Einsatzbereite! Das ist keine Rolle. 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 Flaymore ist meine Fresse. Seine eigene Stürze ist richtig behindert. Naja, wie ihr seht, rasiere ich gerade richtig mit 1,4 Klatsche. Aber okay. Sie hatten die Claimers am Start und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr aufsuchen und zerstören. Die Gegner waren einfach zu stark. Ich hoffe, dass jetzt mal irgendjemand online kommt, mit dem ich noch zocken kann, weil alleine ich keinen Bock habe. Ich habe irgendwie niemanden mehr auf der Liste, der dieses Cut-Spiel spielt. Ich bin der einzige. Ich habe noch Call of Duty und ich habe noch Call of Duty gespielt. Und der Heli! Bringt der Heli! Er hat 9-0. Irgendwo erkenne ich den Namen. Jede Spiele darf sie Joiner. Und die Leute lieben. Jawohl Claystar. Oh Culture! Oh! Das war so schön. Feindliche Zone gestartet. Alpha wird gesichert. Wir verlieren Zerby. Alpha gesichert. Wir haben sie verloren. Das ist nicht dein Ernst. Wie droppst du mich denn in einer Millisekunde Mann? Das hat sie an dem Spiel. Die ganze Zeit sind Drohnen in der Luft, Alter. Ich will keinen Drohnenstörer spielen. Erf weg. Jo, okay. Wir verlieren A. Wuhuhu. Und Drohnen Nummer 8. Wir haben Alpha verloren. Macht auf jeden Fall Bock. Häutliche Drohne gestartet. K weh! Ich fuhre noch, wie geht es besser bei ihm? Das war jetzt Timelang, komm hier. Also hoch und runter. Ich hab da schlecht rum. Meine Fresse, wie viel Drohnen haben die denn, Alter? Richtig behindert, er hat 4 zu 12, was hab ich für Toaster im Team? Ey, was ist denn los? 3 zu 13, 4 zu 12, was sind denn das für Menschen? Was sind das nicht für Menschen? Was sind das für Unterrichter? Was geht das an? Ich hab nicht einen der wichtigsten... ...lieben ist. Und wenn du die ganze Zeit gegen Drohne spielen musst, ist das richtig scheiße so. Wenn ich mit Drohnenstörer spielen muss, aber sie die ganze Zeit... Ich hab auch noch den hässlichsten Spawner, jetzt hab ich wahrscheinlich noch gelatet. Aber ein Glück. Ne, ich bin doch nicht schwach. Und er trifft mich auch noch! Ey, Alter, die wollen mich doch komplett verarschen hier. Und er hat wieder nie, ich geh raus. Lass mich am Arsch wecken. Scheiß, krass. Was für assist, Mann! Was für Assists, Mann! Dich mal. Das war ein bisschen Wir haben Luftlinks, wir mussten auch Hildes wieder geschossen Jetzt machen Lufts einfach gar nichts mehr Ich sterbe einfach nur, das ist ein 8.000 Poster Ich muss hier auch was retten, wie so ein Ganova Er hat mir überhaupt einen Kritz zu machen, aber was musst du machen? Wir haben einen Streak, noch der anderen Wir verlieren Sie Bravo wird gesichert Hm Wahrscheinlich bei mir Charlie wird gesichert Bin ich hier gespawnt, das ist natürlich nicht gut Oder er hat zumindest hier gespawnt Oh Jetzt haben wir komplett gewinnt Ach, wird gesichert Oh scheiße, ich werde mir jetzt einen abzuheben, ist mir egal Scheiße, ich werde mir jetzt einen abzuheben, ist mir egal Ja, sonst bleibt mir eh nicht gesichert Ja, sonst bleibt mir eh nicht gesichert Ich kriege hier einen, das ist noch einander Was ist denn los? Gut, hier ist auf jeden Fall nicht meine Runde Die Gegner sind Die Gegner sind Obwohl, die Gegner sind gar nicht so schlimm Aber meine Teammates sind halt einfach scheiße Wenn ich die ganze Zeit mit Drohnensteuer spielen muss, ist halt echt kacke Ich komplaine mich jetzt fünf, vier Jahre lang da drüber Ey, Softie ist gejointed Ja, ich bin nicht so leer Oh scheiße, ich an deren Stelle würde mich so über mich selbst abfucken, ne Ich bin einer dieser Typen, du bist in der Lobby drin, so Und die ist eigentlich richtig korrekt Und es gibt immer einen, der zu retten muss Es gibt immer einen Jungen, der dir offen sein geht muss Letztlich In dem Fall jetzt Verbindete Luftangriff unterwegs See wird gesichert Das witzige ist, dass ich sie nur rasiere, weil ich Drohnen störe Das alleine reitschuld, die können nur mit der UAB spielen, Wäre ich am Anfang dieses Spiels dabei gewesen, hätten wir richtig geheult, so war ich leider nicht. Wenn und aber, wenigstens bin ich glaub es noch zack gegangen. ados, gute Arbeit! Wenn ich, wenigstens bin, muss ich trotzdem gehen. Wo ist Softy? Den kenne ich noch, glaube ich. Ich glaube, den kenne ich aus MV2-Zeit. All Easy kommt gleich. Ja, es ist schon schade. Früher war es so, in anderen Call of Duty-Teilen war es so, du konntest mit Streaks dominieren. Wenn du alleine warst, brauchst du dir zur MV2-Zeiten zum Beispiel einen Harrier erspielen. Und du konntest das ganze Game kippen dadurch, dass du deine Streaks erspielt hast. Deswegen zum Beispiel, früher war ich auch, wenn wir competitive gespielt haben, also wenn wir einfach Allmode gespielt haben, respawn, war ich immer nur am Slayen. Und ein Slayer war damals so wichtig, weil du durch Killstreaks, quasi wenn du CTF gespielt hast, dann hast du nicht gesweatet, um gute Stats zu haben, sondern ein Streak hat dir quasi einen Cap ermöglicht. So, ein Lightning oder so. Mal ganz davon abgesehen, dass du ja noch die Cut-Offs gemacht hast, ne? Ähm, und damit konnte man ganze Games drehen, so. Und Public natürlich noch mehr, da gab es ja noch viel schlimmere Killstreaks, so. Oder wenn du einen Schwarm hattest oder so, war over and out. Ja. Jo, 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 warte kurz, ich muss das kurz über den Fernseher machen. Jo, 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 Jo. Das ist ein Heli in der Luft, die Gegner haben 33 zu 4 und ich hab nur Toaster im Team, Alter. Ja, ist doch noch angenehm, Dicker, solange kein Buster bei Juggernaut und Final Stand da ist. Hey, ich hab mir das gestern angeguckt, ich hab mich so kaputt gelacht, dieser Typ war so krank in der Birne, ne? Auf jeden Fall, ich komm rein und ich werd richtig rasiert, ne? Ich hab so 1 zu 4 oder so und dann mach ich mir einfach Drohnenstörer rein und dann hab ich am Ende 17 zu 5 oder so. Sobald die keine Drohnen mehr haben, ist riesig, ne? Aber... Ja, mittlerweile spiel ich fast in der Klasse, nur Drohnenstörer, anders geht's doch nicht. Richtig. Nicht. Entweder suchst du mal nach einem kostenlosen Um-Converter-Programm, das irgendwie die Dateien umändert, weil ich konnte meine Sachen, die ich mit der Elgato aufgenommen habe, irgendwie 4-Format, halt immer hochladen. Oder du musst gucken, dass wenn du das aufnimmst und das speicherst, dass du das aufnimmst, dass du das aufnimmst. Wenn du so 4-5 Leute wären für... ... äh... ... Shipment... ... 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 Ich hab... ... ... DoubleXP levelst du extrem schnell. Ja, das stimmt. Ja, ich spiel Herrschaft. Ähm... Easy, du hast du mal Sachen zu YouTube hochgeladen? Ne, ne? Mh... Nicht wirklich nur so Clips oder sowas, aber kein Video, weil ich wirklich gemacht hab. Ey, bei mir ist das voll komisch. Irgendwie kann ich meine Sachen von der Elgato nicht... ... ähm... ... mich bei YouTube hochladen. Obwohl alles passt, so. Der geht so weit, bis er versucht das zu konvertieren und dann scheitert er irgendwie am Konvertieren, so. Keine Ahnung. Und dann steht er, dass der MP4 auf... ... ähm... ... auf YouTube gar nicht hochladen kann. Aber ich hab früher immer MP4 hochgeladen, wenn ich mich richtig erinnern. Ich hab mir irgendwas geändert, frag mich nicht. Ich hab mir irgendwas geändert, frag mich nicht. Seid in game? Ne, ne, ich hab dich schon zweimal eingeladen, du tut. Hehehehe. ... besser als er. Aber früher war er... ... war richtig gut, ey. Na, du hast du damit schon eine schlechte, du konntest den links zur Wasser reichen, aber... Na, am Anfang nicht. ... die sich immer so komisch gekänzt hat. Ohne Scheiß, ich hab ja am Anfang mit dem dann auch TTT2 gespielt, ne? Und, äh... Ey, der hat mich so rasiert am Anfang die ganze Zeit. Okay, ich mein, der spielt ja auch richtige Hund-Charakter. Aber der spielt Lilly und... ... und diese kleine... ... Ling oder so, wie die heißt. So richtige Kacchas, ne? Aber... ... das ist so ein richtig dreckiger Junge. Wenn du gegen den spielst, dann mutierst du zum Salzstreuer, ey. Da mutierst du zum Salzstreuer, ich sage dir. Warte mal, warum geht denn die alle raus, ey? Ja, weil Showdown ist. Wir wissen, dass er die... ... in der Kackdrazen nicht gibt. I have a Tiger. Dreh den Swag auf. Ohnein, wir spielen gegen Dreh den Swag auf. Ohnein. Easy, ich hab mir jetzt auch so ne Juggernaut-Klasse gemacht, ne? Weißt du, was das Schlimmste ist? Bei Eliminator, ne? Wenn du die Desert hast, liegst du mit Desert Eagle im Eliminator, ne? Das wusste ich gar nicht. Das ist richtig... ... eklig, Alter. Die Desert ist noch voll heftig. Richtig heftig. Ich frag mich, warum die sowas machen. Oh, jetzt schon wieder diese Untermenschen-Map, Mann. Nein. So, jetzt erst mal 10 Spiele brauchen, um meinen Aim zu finden. Dann mega. Sobald ich Streamer mache, treffe ich immer gar nichts am Anfang. Obwohl jetzt gerade ging's. Aber irgendwie, ich hab jetzt Empfindlichkeit von 15 auf... ...8 runtergedreht, ne? Weil ich hab jetzt einen neuen Controller und irgendwie treffe ich damit überhaupt nichts. Ja, gib mir den Hitmarker. Ich frag mich. 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 Ich frag mich, easy. So. So. Tu da, du lagst grad auch voll im Sperrschild. Jo. Jo, ich hab Auto-Aim durch die Tonne durch. Ich hab keine Ahnung. Hier ist eine Drohne für dich. AAH! Jo, da fliegt der erstmal raus. Da ist ein... Das Haus rein schön. Aber mit Drohne spiele ich gar kein Boss hier. Nein. Ich hab keine Muni mehr. Fail. Ein vor Heli, ich will cool um die Ecke springen und hab keine Wunsch mehr. Boah, die M16 ist so übertrieben krugend, ne? Immer Wombus, flup, 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 flup. Da geht's Spiel ja mit Juggernaut, dann... Oh, sch**, dann macht die nicht immer Wombus. Aber ich finde irgendwie... Ich weiß nicht, ich kann dieses Spiel nicht ohne Juggernaut spielen. Ich weiß nicht, ob ich schlecht bin, aber... Eine Feuerkraft, das macht voll keinen Bock. Ich krieg eine Bullet. Das ist so, als würde jeder mit Cypher auf mich schieben. Ich bin immer der Infektion. Der will meinen Arsch! Ich komm jetzt nicht hin, der ist gut. Nein, er ist da eine Ecke gewesen! Mitten im MG! What the hell? Da nehme ich immer noch die Deagle, Alter. So gut, hier liegt ne Waffe! Ah, er hat ein Thyrium! Aber hier liegt ne Akaro! Direkt hinter mir! Ja, ich komm! Die ich nicht aufheben kann, ich seh die Zauberstraft und nicht aufheben. GG! Warte! Ich kill dir! Bleib hier ne Maus! Bleib hier ne Maus mit der Ding! Die kommt jetzt halt nicht! Ich kenne dann einer, der kann sich nehmen! Wir rennen alle vor uns weg, oder? Nein, ich challenge diese hier! Ah, ich hab ihn! Ich hab noch den anderen! Nein, den anderen hab ich nicht! Lass mich, da kommt noch einer! Ich challenge ihn mit Deagle! Gott! Er hat mal Thyrium! Ey, sie sind alle hinter uns gespawnt, ne? Rest in Peace, Alter! Rechts, 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 rechts! Wir sind überall! Nein, ich bin dauernd! Ja, wo ist der Thyrium? Ey, der hat sich doch gar nicht gespawnt! Mein Aim ist richtig scheiße gerade! Der Luftangriff! Unter weg! Mach doch einen Kill! Nein! Mein Heli! Hilfe! Easy! Rette mich! Sie kommen alle für mir in den Arsch! Ich hab meinen Heli! Hat sich erledigt! Ah, Miese! Sie kamen alle für meinen Arsch, Junge! Irgendwie ist dieses Spiel so verbuggt! Keine Killcam! So ne Kack wie hier! Was ist nur los! Kommt man hier hoch, ja, ne? Nein, ich schlauch! Komm, Schatz! Fick den in den Arsch, Alter! Hier! Wir fressen mit den Aids wie hierhin, Alter! Oh Gott! Ich bin verwirrt, Alter! Wo ist denn der? Ja! Ja! Es ist verwirrt! Nisi hat sich vor Verwirrung selbst verletzt! Was macht der da, Alter! Wusch irgendwie hoch, Alter! Er schießt mit Raketenwerfer, Jo! Irgendwie schießt! Oh Gott! Wo ist der? 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 Oh mein Gott hat er mich zerstört. Ich habe Juggernaut, er gibt mir Quickscope, obwohl ich um die Ecke springe. Man fragt sich sowieso. Er hat es mir so heftig gegeben. Ist da eine Maus drin? Nein, ist so geil, ist ohne Maus. Ah, der springt einfach runter. Er ist richtig lebensmule. Ohne Scheiß, ich renne ja einfach gerade die ganze Zeit rum. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich es bauen oder wo ich bin. Das ist 24, ich bin bestätigen. Ist der hin? Er hat schön den Maus da drin. Moin Moin. So ein Scheiß. Musst du die ganze Kiste abbringen? Nein, ich bin gegen ihn gelaufen. Oh my girl. Der Challenge mich ist und mich hindert und dann frisst meine Nade. Ah, danke mir, dass es mich auch lustiger für schmeckt. Wie viel steht? Ohne Scheiß, der Sniper ist voll gut. Er gibt mir jedes Mal Hitmarker. Also, ich finde ihn gut, weil er mir Hitmarker gibt und weil er jedes Mal trifft. Das ist jetzt eine fragwürdige Entscheidung, aber okay. Con Warrior, verpiss dich. Was macht er denn da jetzt? Was macht er denn da jetzt? Steht er da in der Ecke rum? Ist so dumm. Oh, was ist hier los, Mann? Nein, nicht die Nade! Bitte nicht! Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Ich habe einfach keine Muni mehr. Oh nein. Ich komme hier irgendwie fest. Ich komme hier nicht mehr raus, Easy. Hilfe! So, doch. GG. Alter, was hat der für eine Kommen, Mann? Ich habe hier irgendwo eine Waffe rum. Der Wichser. Wo war der? Da unten irgendwo. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte Auto-Aim auf ihm drauf und habe ihn nicht gesehen. Das ist einfach so schwarz wie die Wand. Kommt der hier reingepusht mit dem RPG? Der ist ja behindert. Wer von denen hat bitte einen Luftschlag, Alter? Geh mir nicht! Ich war auch im Building, Dicke. Ich schätze mir das mit mir nicht. Warum sweatet ihr denn jetzt so, Mann? Der hat einen Tiger. Deswegen spielt er so. Ich schtzi mir die Messian. Gewer generates Gefühl. Ach so. Ich schtzi mir gleich beschk grad. Ich irgendwann sk اب wieder Cuid, dein Finger без leichter. Bruder, du wirst so camped. Was? Ladet mich doch ein. Der Kaisers Pissen. Hey, okay. Shipment, drei Granaten, Feuerkraft, Martyrium, ab der Fisch. Ich würde gerne bei Hypermensch reinjoinen und gegen ihn spielen. Just like that, bro. Just like that. Da ist der Gunstreak easy in der Lobby, ohne Abbruch. Die Showdown, Mann. Oh, die Showdown, Mann. Ne Kack, Mann. Welche Waffe habe ich denn noch nicht gespielt, ey? Hä? Ich bin gerade am gucken, welche Waffe ich spiele. Ich werde irgendwas spielen, was ich noch nicht gespielt habe. Ohne Scheiß, die AKU macht am M21. Die AKU macht richtig Bock, ey. Habe ich leider noch nicht frei. Ja, aber keinen Bock auf Showdown, ne? Äh, kommt doch das Ding. Such Shipment, oh ja, oh ja. Ja, Shipment, genau, Shipment, Shipment. Ich glaube, wir brauchen noch einen Spieler mehr, damit wir die Lobby halten können. Ja. Im Modus hoffst du die Shipment noch geiler. Weil sie noch länger geht. War mir letztes Mal das 100 Plus nicht vergönnt. Ich hatte 99. Oha! Das ist frech. Da warst du aber gut am Rasieren, da warst du aber gut am Rasieren mit 99 Kills. Ja, ich hatte auch, ich glaube, 57 oder 58 Tote. Ich bin keiner, der sich hinter dem Auto oder in der Ecke verkriegt. Ich laufe rein wie ein Beklopter, mir ist das scheißegal. Ich hab' mir jetzt Videos dazu angeguckt, du hast recht, das ist geil. Hannes ist, Digga, ich scher' mir mal Kollegen alles, man verkauft alles zusammen. Scher'st du dir alles von Ron, Digga, Ron? Nein, nein, ich scher' mit der Redef-Kollegen, Maik heißt der. Hier, diesen Kaido. Mit dem warst du mal, wo wir auf der Kopfstein gespielt haben und wir alles zusammen in einer Party. Ja, Silver Kaido, ja, ja, kenn' ich noch. Wo der Puls noch gesagt hat, der Name sieht genauso aus wie deine. Ja, der doch. Ja, ja. Keine Ahnung, ich hab' mir M-G. Ich hab' ein M-M-21. Wir halten jetzt alle diese Seiten wieder. Oh mein Gott, das hat sich gemeldet. Nein, das ist die falsche Seite, Leute. Die Reden nicht, ich hab's gesagt. Ich hab' ne Drohne, Leute. Keine Angst. Ich hab' dir ja kein Ursprung an. Neko. Ne, also, ich hab' mich, entscheide mich jetzt. Ja, gerade ist beschissen. Die fallen nur mehr um. Soll'n nur fest mit nach mir. Chill. Dann wissen wir mal, die was. Ja. 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 Das ist aber, weil halt zu viel auf einmal passiert, logisch. Ja, ja. Genau. Wie hat die PS3's denn geschafft, Digga? Was mich abpackt ist, dass immer auf dieser Map mein Team nicht gebürgt. Ich nie, aber mein Team jedes Mal, Alter. Versteh' das nicht, Gott. точно kann man nur laufen die ganze Keilen rum und das war's, Mann. Ja, brauchst du was ich tun. Keiner schießt die scheiße Idee. Das hab ich bei E. Also, warum will ich? Warum ein A? Wenn du kein A hast, wirst du den geflautert, Alter. Es ist nur ein, den nach dem anderen an. Ey, ich brauch nur ein Loch geschlagen. Ein, eins. Direkt mal, seid ihr hier stehen oder so? Digga, es kommt in mir drin, da kommt rechts, Geisel. Ach, Junge, geht mir doch nicht auf, wie du sagst, Alter. Warum ist es perfekt, Alter? Das ist so, die ganze Zeit. Da war ich mein Gefühl aufgestellte. Da war ich mein Gefühl aufgestellt. Alter, ich spawnen tot, ich spawnen tot. Ja. Was ist jetzt? Ich bin rausgegangen, Alter. Warum? Weil du das nicht mehr gewinnen kannst. Nein, kannst du nicht, wenn ich einmal einen Luftschlag haben muss vorbei, weil die haben die ganze Zeit Streaks, wenn der Schlau ist, setzt er seinen Luftschlag gar nicht ein, weil du willst keinen Helikopter haben, du willst einfach die ganze Zeit einen Luftschlag haben. Dann verlierst du, kannst du nichts gegen machen, egal wie gut du bist. Dann lassen wir uns alle zu A laufen und A einnehmen. Du musst die rechte Seite halten, so wir sind rechts gespawnt, das ist die beste Seite, du musst einfach die ganze Zeit diese Seite halten, du darfst nicht auf der anderen Seite spawnen, weil du auf der anderen Seite spawnst, ficken wir dich die ganze Zeit, weil da kann man überall durchsprayen, hier ist die Seite ist eigentlich ganz gut. Los tun wir es! Ja wir haben, 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 wir haben. Zwei Mann rechts. Wann, ich spiele mit Feuerkraft, Alter, leck mich im Arsch. Das ist Sau, ja, lauf mir den Container hier drüßchen, ne, ich bin doch nicht hier. Jetzt ist einer von uns zu weit rechts gegangen, der ist immer wieder auf dem falschen Weg. Ja genau. Ne, ich bin wieder bei A, ich bin wieder bei A. So, ich habe jetzt A gehalten. Wunderbar. Warum sind wir nur zu dritt, Alter? Nein, sie sind geschnitten. Jetzt habe ich dir den Arsch gerettet, hier in der Drohne. Die Drohne ist Einsatz bereit. Der Fight hat B. Schau mal an, Mann. Warum spawnst du mich in deinem Feuer? Bist du dumm? Spiel, Alter! Scheiße, jetzt muss ich das nicht mehr vorausgehen. Ja, da haben wir nicht. Das ist nicht dringend. Jetzt ist es richtig, jetzt gehören. Oh, ein Verlust. Warte, dann hätte ich jetzt gehören. Muss ich jetzt zugeben. Ja, jetzt muss er einfach nicht zu reich Wege anziehen, Mann. Das ist kein Sponkiss, oder? Das ist kein Sponkiss, oder? Und das macht die Mc Boston. Oh, Spontanien! Ach, Fake Game, Mann! Ich weiß, ob ich es gesehen habe. Ich bin behindert. Also, wir müssen die Mitte zumachen. Ey, er ist dort dran. Jawohl. Mit MD. Und wir spawnen wieder hier, Dicke. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Das ist doch richtig gut, Mann. Jawohl, er rennt auf die andere Seite. Guter Team-Mate. Gauber. Echt nicht cool. Ich fahr drei Mal vom Luftschock. Und mein Luftschock macht nicht mal ein Kilo. Ja, ich fahr drei Mal. Ich fahr nicht, aber auch. Nee. Es kommt wieder in mir, Mann! Er klaut mir alle Kibs. Er klaut mir alle Kibs. Jetzt, ohne Scheiß. Jetzt haben wir richtig besprochen. Man wird jetzt einfach die ganze Zeit überhalten. Man wird hier überhalten. Okay. Ach, ach. Ich fahr'n. Schau'n. Oh, ich bin ja wieder. Ja. Ich fahr'n. Was ist denn da? Wir sind da weg. Ach. Schau'n. Wir sind da weg. Kannst du denn da nehmen. Ich fahr'n. Ja, da sind die da weg. Wir sind da weg. Ich fahr'n. Wir sind da weg. Die sind da weg. Ja. Du hast rausgegangen und wieder reingekommen. Du kommst wahrscheinlich auch im Strahl, ey. Oh, Heli. Da kommt ein Heli her. Ach, komm! Ja, mein Heli hat gar nichts gemacht. Meiner auch nicht. Jawohl. Jawohl. Und einfach der Weg hier. Kein mehr Spaß wollen. Alter, was gibt hier so? Geh weg, Mann! Ja, wir spawnen mit so vielen Leuten, dass die die ganzen Wege tanzen. Ja, genau. Was ist denn hier? Na, der Teamate liegt da. Ist ein random Pisser. Ich bin wieder bei A. Ja, ich hab den bei A weg geholt. Ah, der spawnt da wieder! Achtung! Liede Sau! Äh, ne, die haben wir's. Ich geh vor mir gleich noch mal zurück, das ist ein richtiges Problem zu zacken. Unsere Drohne ist ein Satzbereich! Wer von denen hat die T-Mate gehabt? Nein, sie kommt zu Hause! Helft die T-Mate! Ja, ich muss zwar jetzt kommen, aber... Ah, ich bin ja dabei, ja... Digga, der ist hinter uns gespawnt. Ja, ja, klar! Steht genau hinter dir, Alter! Ja, weißt du, woran das liegt? Du, guck mal ganz ehrlich, da können wir ja nichts für, das sind ja die T-Mates. Aber du musst die ganze Zeit auf einer Seite bleiben. Du darfst auch nicht in die Mitte gehen, du bleibst einfach die ganze Zeit auf einer Seite gehen. Und dann hältst du einfach nur die ganze Zeit die Seite. Aber das Problem ist, wenn du natürlich random T-Mates hast, die auf die andere Seite rennen. Ja, wie immer halt, ne? Gleich zur A laufen. Ich stun rüber, dann können sie sich nicht bewegen und alles geht. Ich bin voll Flash. Ich bin voll Flash. Ja, den habe ich! Ja, ja, alles gut. Abwiesbauer. Ja. Da ist ein Bond da neben uns. Okay. Nein! Ah, den Nadefaser. Du bist... Pfff! Komisch, hab mir jetzt gekillt. Ja, passt gut, das. Was? Ach, kann ich super, ja. Nein! Scheiße, ne. Ist hier irgendwo ne Waffe rum? Ey, jetzt keine Waffe, weil die muss doch irgendwo ne Waffe sein. Alter, ich bekomme keine Hitmarker. Es ist so ne Scheiß-Hitbox. Ich brauche ne Waffe, Alter! Wo ist vorne, bitte? Scheiße, ich kann keine Waffe aufnehmen. Das Spiel würde mich doch komplett verarschen. Ja, warte, schlossen. Nein, 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 ist okay, ist okay. Gerade richtig verarschen. Was? Komm! Leck mich am Arsch! Ja, natürlich, ich hatte auch ne Desert Eagle. Super, jetzt hab ich zwei Desert Eagle. Korrekt. Na, MP5! Er nimmt sie mir weg! Okay, MP5 ohne alles, egal. Ist halt fix. Ich gehe doch nicht auf die andere Seite. fliege ich wahrscheinlich nicht auf die andere Seite. Ich bin eben nicht auf die andere Seite der Pilotwaffe. Ich habe genau, ich bin eigentlich ne Ziemann. Ich bin eigentlich nicht auf die andere Seite der radar. Ich bin nicht auf die andere Seite der Pilotwaffe. Aber ich habe jetzt ne Ziemann nicht auf die andere Seite Funktionieren. Ich bin ja immer über den Schutz der Wind ist in der Flugage. 22? Ernst, 25? Wie kann das sein, Alter? Warum hat unser Mate 13 zu 14? Was macht der denn, Alter? War ohne Scheiß? Was? Der beschissenste Drecks-Mate seitens, den es gibt. Was macht der? Was ist der denn für den Usern in den Spiel? Neh mal einen. Ja, ich bin aber Bär. Ich bin Bär. Äh, jetzt wird mich jeder ein bisschen geholfen. Ja, ja, wir sind Bär. Ja, ich bin aber die ganze Lampe in der letzten Mauer, Alter. Fütze, ich muss mal. Ich sehe die, ne? Ich nate, ne? Ich würde sagen, dass ich ihn nicht mal nate. Eine Drohne ist einsatzbereit! Oh, deine Drohne ist einsatzbereit! Eine Drohne ist einsatzbereit! Eine Drohne ist einsatzbereit! Schuhmärme! Eure Drohne ist einsatzbereit! Brauchen, ich muss nicht aufequible Tonnen! Warum? Ja, weil ich mit der Dronie hatte, ich möchte die Punkte, her... Ach so, du warst. Na ja, du darfst das. Ich hab auch A. Ja, ich war's. Maaan! jedes mal dreimal von diesem hu an so'n luftschlag man muss doch mal warten, wie es die Killcamp zu Ende ist wenn er einen Luftschlag hat ja, genau alter ich muss in der Ruhe an so'n oh, nein, ich will nicht ich muss in der Ruhe auf die ganze Map geschossen oh, diese Map, Alter so geil ich check das aber nicht, warum kriegt ihr hier so Frame Ambush und weil Rust mit Artus 130 hast du das Problem, die stirbt, man keine Ahnung, sieh dir die Punkte an, leck mich am Arsch guck dir mal unsere beiden Teammates an, hätten wir nicht so beschissene Teammates, wäre das eine richtig geile Map geworden ja, alter, 30.000 Spiele B ha 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 ich sag' ich sag' du musst nur immer Shipments suchen, du levelst derartig schnell durch also mit einer Vierer-Party oder Fünfer-Party mach ich das gerne, aber nicht so nicht mit irgendwelchen RC-Cubes im Tiefen die ganze Zeit ich muss mir mal ne Klasse machen, um Helis runterzuballern Worte mal bitte für Bakeload, ich schreib gar keinen Bock auf Overground ok, ja machs warte, vielleicht hab ich noch jemanden zu mir hin worden warte, vielleicht hab ich noch jemanden zu mir hin worden ey, ich fangst dir ja richtig wir haben sind alle keinen Bock auf Backload ich hab' keine Ahnung dann bekommt man die AKU Level 24 oder so, ne oh shit das ist jetzt mal schön früher mach die Shipments voll, jetzt hasse ich die Map voll ich hab' keine Ahnung ich hab' nicht 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 Los, tun wir es! Charlie wird gesichert! Charlie gesichert! Der Feind hat A! Alter, drei Leute sind in der Mitte. Wohl! Ja. Ach man, jetzt hast du mir beide geklaut. Im Mittelhaus ist einer drin, Alter. In der Linkdreiche haben wir uns drin. Ist irgendwie ein bisschen lag, oder? Ja, ja, ja. Ja, und was will ich tun? Du bist auch... Wie hast du mich jetzt bitte getötet? Wie... Warmrisse HD, Alter. Warmrisse HD. Meine Fresse, du Hurenkind! Was sag ich jetzt schon? Woher musste er das denn? Das hast du keine Warte. Das hat mir gegeben. Das hat mir richtig gegeben. Dicker, was ist denn das? Was ist denn das? Schnell jetzt Warmtrap von diesen fetten Kindern, Mann. Die Mütter jetzt nicht. Der Feind hat Bravo! Feindliche Drohle gestartet! Ja, wo ist der? Stop! Ja, schieß mich frei an. Oh, scheiß, bei mir lags voll. Ich hänge mal irgendwie so kurz fest. Wo ist denn die Piste? Ja. Lieber da hatte Luft. Ich glaub, das ist doch egal. Scheiße. Ach, das scheiß Mittelhaus, Mann. Und einer ist oben. Einer ist im Pool. Ach, ich dachte. Was machst du denn da? Ich bin 400, oder was? Ich krieg mir random net in die Fresse. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Nein! Watch Me Rise hat mich schon wieder mit seinem Reis getötet, Mann. Geh doch, du... Nein, in die Fresse, Mann. Sie lassen einfach weggehen von dem Spawn. Sollen wir den C spawnen? Mann, Junge! Guck mal, Tuna, wir... Wie kann man denn so grenzt die Bildern? Renn mir hinterher, Alter. Meine Fresse, Mann. Wie das ist ja bei uns am Spawn, Dicke? Pff... Spalz, er hat den Leben. Er hat den Leben. Er wird gesichert. Ja, und dann bin ich halt korrekt. Egal. Ich immer 10. Er wird gesichert. Ja, ich sehe... Ich hab keine Gehäbe drin. Nix. Der macht den noch nix. Ja, wo willst du hin? Achtung, kommt einer hinten zur C. Alter, was hast du drinnen? Schluck pro, oder was? Blödsau. Er ist einfach immer noch in diesem Mittelhauser. Ohne Scheiß. Er sitzt da schon das ganze Mensch? Ich hab' ihn nicht ohne. Nein, nein, nein! Das ist ihm egal, ne? Ich hab' schon bei dir ein bisschen gedacht. Ach, komm. Du bist doch scheiße. Risi räumt auf im Mittelhaus. Watch me run. Ach komm, du kämpf in das Stück Scheiße. Oh mein Gott, was war das denn? Nein! Oh, hab' ich dich. Zahltag, du. Zahltag! So. Ich nehm' hier niemanden fahren allein. Was macht der da? Der sitzt da rummach'n. Hä? Ja, geil. Ich hab' mich aber selber gestanden. Warum schon wieder? Ja. Das wär' du gelobby, Alter. Ja. Der Mann ist da noch an der Kult unterwegs. Hm. 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 kameras mit diesem modus er hat ein leben genommen aber versuchen ich verstehe erster bin jetzt habe ich seins genommen jetzt habe ich seins genommen ump schall gedämpft das ist eine dreckslobby ist das weil die wie missgeburten spielen und fressen wie keine ahnung nuttenkinder mann zu viel so viel shit fest na komm rein du sau ich weiß dass du da bist das ist sein ernst dieser watch me rise er ist mein nemesis ohne scheiße er sowas von mein nemesis ey was er dreht sich nicht um ist er dumm die kommen immer aus irgendwelchen löchern dass ich nicht sehe und dann bin ich tot alter das ist nicht dein ernst dass du jetzt kommt das ist nicht dein ernst bro meine fress jetzt sind die wieder links im haus drinnen ich habe eine pumpe oh gott ich habe eine pumpe ich bin fast verreckt an einem auto wegen martyrio mann ich kann nicht daneben schießen was ist denn das oh da kommen einfach vier leute wir verlieren die schlacht aber easy du kannst doch nicht rage quitten auch wenn der gegner jetzt scheiß auf die suchen auch wenn der gegner was yo alles klar also ich bin eins vor heli den hole ich mir noch blöde sau komm rein na komm oh da ist der heli da ist der heli da ist der heli der heli kommt rein bei aus bei sie genau Tüchen am kopf mit marka wir werden dominiert einfach zu gut was wird gesichert er hat materium er hat schon wieder materium komm ich habe absolut überhaupt kein aim ms gg wacht start schon wieder ein ne der ja die Ich war gerade echt ein bisschen lächerlich die Lobby, ich spielte Sniper-Only-Hitmarker. Ich spielte die M16, alter, frissen die Burst, wie keine Ahnung was. Mit MP5 brauche ich sie gar nicht zu versuchen, da frisst er mich nicht auf. Aber mit MP5 frisst bei mir nie einer. Ohne Scheiß, die Waffe ist echt... Die Waffe ist nur halt auf Long Range oder eigentlich schon auf Mid Range. Selbst wenn du sie tippst, so kannst du sie eigentlich vergessen. Es ist halt einfach too easy for too easy. Der Typ sitzt gerade auf der Tonne, ich wusste, dass er durch die Drohne, durch der Drohne, springen um die Ecke, drückt ihm zwei Burst in die Fresse, also auf den Oberkörper, aber ich klinge zwar Hitmarker angezeigt, dann gib mir einfach einen Kriegsflug. Hier, jübt die nicht. Easy. Ach man. Es ist too easy, es ist too easy. Ja, da würd ich mal sagen, easy, ja, ich hatte gerade eben drei Gegner, eine guckt mich an durch ein Fenster, ich schieße auf alle drei und eine tötet mich einfach. Klinge, ich schieße auf alle drei, 추uße auf alle drei, die sind gut aus, ich schieße auf alle drei, die sind gut aus, ich schieße an den bürst und bin tot im mittelhaus kennst du das, wenn die Gegner so vollkommen schlau finden sich dabei töten? oben am Balkon ist er bei zu er hat Stalker Pro irgendwie komisch das macht mich richtig aggressiv, wenn die wie so Affen rumlaufen ja, schon wieder ohne Scheiße, er hat mein Leben genommen nur nur, dass die Wunde vorbei ist ich setz mich doch schon frei Spasti ja, geile Runde hat sich auf jeden Fall gelohnt danke, danke Call of Duty nicht eeeh 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 das ist ehrlich, ich geb mir richtig offen doch, kein Cheap, ne klar und ich hab Hunger wie Sau da komm da komm da komm da komm da kann ich wenigstens drauf da kann ich wenigstens drauf ja, ich kann euch ja nicht so ganz nix da kann er easy ein bisschen snippen wo siehst du da wo siehst du da strike ich seh die zwei größten beschissensten was für den Overgrown, Alter Overgrown ist voll geil ich zeig euch mal gleich wie man die spielt, Junge du rennst mit Pumpe ins A-Haus da ist zu viele Buschkinder unterwegs, Mann du rennst mit Schrotflint da oben ins Haus und Schrotflint ist alle weg dann ist die geil ich seh die da nicht auf der Drecksmap genau wie auf Daunpour achso, du siehst die in dem Haus nicht Na Daunpour ist der größte Drecksmap die einzige Map, die ich nicht mag in dem Spiel ist Shipment Ich bin eigentlich immer nur Shipment Versteh mich nicht falsch früher war Shipment geil wo du nicht durch jede Wand sprain früher brauchst du wenigstens Deep Impact, um durch Wände zu sprain da ist das komplett okay ich kein Problem mit hier ist jede Wand wie Papa, Alter selbst wenn er mit Ninja spielt braucht er zwei Kugeln und du bist tot, Junge das macht einfach keinen Sinn Ich will High-Race, Favela und Terminal zurück, Alter jawoll, das sind Ansagen, Junge und Invasion ganz ehrlich und dann machst du noch einen DLC dazu dann kommt noch Bootlag und welche geilen MV3 Map Lockdown kann auch noch kommen Harte Harte ja, Mann MV3 muss man sagen war Map-Technik auch richtig geil, Mann Seaton aber auch richtig geil eigentlich war jeder Map-Kill ja ohne Scheiß ich hab sogar die sollten mal so ein Call of Duty oder Warfare All Star machen, Alter einfach mit einer Engine keine Ahnung von MV2 mit allen Maps, Mann ja, das ist ja aber mach dir nichts die bringen dir jetzt alles schön nach und dann da raus gleich direkt printen bei A ja, printe bei A wir hätten das ein Snapper das ist genaded, guck auf ja, ich hab oben einen genaded ja, ich hab oben einen genaded Einer sitzt unten drinnen schon, Achtung er lifet mich natürlich ja, ich hab gesagt, ich hab die Bombe weil ich davor stand, aber ich hab keine Bombe ey, er gibt mir No-Scope-Headshot wenn ich doch Juggernaut hab, Mann warum wie wenig Glück hat der denn wieso hat so ein random so eine geile Tarnung für die Waffe beziehungsweise eine Waffen Spezifikation was meinst du? ja, Toni, Moschana, Mochana keine Ahnung, wo der Uhr so ne ist Toni ja und da Toni Spartaner, Alter guck mal, wie geil die Barrett aussieht, Mann findest du? ich find die normale Barrett ich weiß nicht ich find die COD4 Barrett irgendwie richtig geil, Mann der hat so richtig richtigen Flair, Mann der sieht nicht mal der Gegner, Alter don't judge Ali er hat drei Kills er hat mehr als wir alle drei zusammen don't judge Ali der ist Ali der andere Toni Mohander ist der ist naja, oh mein Gott der ist tot oh mein Gott er wurde ja und jetzt hängt alles an Ali er hat sein Fastfood-Geschäft aufgegeben um jetzt hier Call of Duty zu spielen und uns alle mit seinem unglaublich variablen Skill zu beeindrucken und oh mein Gott er gibt ihm als hätte er noch nie in seinem Leben was anderes gemacht schau ihn dir an, Junge Reflexe eines Toastbrots, aber egal ich will noch nicht, Alter es ist drei Kills mein Herz zu drinnen ohne Scheiß er hat den Reflexe eines Toastbrots aber hofft ihr, der Typ ist inklusive Toast suchen suchen und verstellen die Ziele verteidigen machen wir fucking Toastbrot yo, blockt sich alle, okay wieder auch eine Nade, ja ich mach bei dieser Map immer den Krass ich muss nicht verletzen ich meinte hat eine Drohne, los Ali Null und alle auf B sauber Ali komm Ali, der ist oben holen die Tiger komm Ali, der holen die Tiger nein Martyrium Martyrium des Todes ja wo ist der? Top, raus ganz oben Dach nein, der ist nicht da unten wo war denn der letzte jetzt? der war irgendwo hinten bei B, ne? spawn irgendwo der ist bei mir ja wo bist du, Alter? der ist bei mir im A-Haus der sitzt bei mir unter der Treppe der ist bei mir scheiße er gibt mir einfach oh mein Gott er gibt uns allen er gibt uns allen jetzt kommt er schaapel hier día la qué día weißt du wie er mich vernichtet hat? ich bin ihm hinterher gerannt und wollte ihn messern Und er vernichtet mich des Todes, Alter. Jawoll. Voll. Die Ziele zerstören. Wir haben die Bombe. Die Mauer-Granata. Oh Gott. Ich hab ihn halt gut geholen. Oh, ich hab ein Full-Flash. Was war das? Ja, kommt hinten raus. Oh, er ist im Ge- Ah, er ist in der Mist dran, ey. Wie kann die Nate mich da treffen? Ich hab keinen Bock mehr, dicker Mann. Wie kann die Nate mich da treffen, Alter? Jetzt muss ich wieder so zwei Voll-Spasten zugucken. Hab ich keinen Bock drauf, Mann? Nee, ich auch nicht. Ich geh nach dem Essens-Set wieder Hauptquartier. Oh mein Gott. Hebt ihr die Nate's auf die Lichter, Alter. Absolut korrekt. Hebt ihr die Nate's auf. Er kommt noch den Kill. Das ist ja unglaublich. Ja. Zieht drei rote Punkte. Du heb dir auch die Nate's auf. Was ist sein Plan, dicker? Was macht der? Nee, nee. Da ist bei der Öl rein. Ganz ehrlich, er hat keinen Plan. Er hat eine Mission, Leute. Und wie heißt die Mission? 15 Uhr 23 auf dem Fenster springen. Und seine Eltern lösen. Das ist ja unglaublich. Ja, scheiße. Junge, bei ihm die Tour von 21 Minuten, da musst du springen. Leck mich fett. Ja, ich hab wirklich Hunger. Ich mach mir jetzt gleich erstmal ein Steak, ey. Feindliche Drohne gestartet. Ja, moin die Drohne. Der Shitmarker. Ach je, du bist ein Time-Locker, Junge. Er versucht durchs Fenster zu springen. Okay. Okay. Jumpshot, easy, tot. Loll! Loll! Easy, Mann! Er gibt ihm einfach drei Hitmarker hintereinander. Das Spiel ist so eklig, ne? Wie kann man bitte so viel Pisch haben? Nade kam von... Ja, genau! Juggernaut Furze! Fusste doch, dass der von hinten kommt. Er hat's dir von hinten besorgt. Von hinten! Egal, jetzt hängt's wieder an Ali. Er hat das jetzt geregelt, Alter. Mir hat die Nate am Kap ist geschmissen. Der Pisser. Ich bin kurz aufs Klo. Oh nein, Ali! Ali! Oh mein Gott, was ist das für ein Scheißmodus. Hast du noch nie in deinem Leben Sub gespielt, oder was? Hast du noch nie in deinem Leben Sub gespielt, oder was? Ja, doch, aber... Ich bin zur Zeit, die letzten, ich spiele eigentlich noch mehr Hauptquartier. Für mich ist dieses Campen so unerträglich. Der Hauptquartier ist doch genauso Campy, Alter. Das ist doch eigentlich schlimmer. Ja, aber wenn die anderen Campen ist mir egal, weil ich ja... Weil ich ja das Hauptquartier einnehme und so die Spiele gewinne. Somit ist es mir egal. Sollen die irgendwo Campen an irgendwelchen Ecken. So gut. I'm dead. I'm so fucking dead. Du hast drei Nades mit. Das ist doch wirklich der Trucking ernst, Mann. Da guckt doch nur seinen Kopf vor. Jawohl, ich bin im Final Stand, Alter. Gegen fünf. Let go! Gegen sechs. Gegen sechs. Digga, ernsthaft? Was? Warno, wie hat der mich gesehen? Wo war der? Gar nicht. Randomnet. Ich will etwas kaputt schlagen, Mann. Am größten seine Mutter, Alter. Ey, was zur Hölle ist das denn? Digga, das ist so random, Alter. Tschschsch! Ihn so einen Ugand sollen sein. Ja, er hat rasiert, auf jeden Fall. Leider geht zu B, Alter liegt überall rauch, was soll die Scheiße. Einer ist im B-Haus drin. Ist in der Mitte reingezogen. Da ist, da steht er. Toll, Uzi. We are fucked. Wo ist denn YouTube, Mann? Wo war der? Ich glaube, das gewinnen wir noch. Da ist er, vor dir. Vor dir. Legens oben, Wand. Ja, ist doch gut. Easy. Easy. So viel tut der Ostbrot. Junge, ey, ohne Scheiß. Tuna tut doch so, als könnte ich das noch voll drehen. Vielleicht der Flacht verloren. Er denkt, ich mach jetzt schnell. Nee, ich hab nicht so getan. Er denkt, ich mach jetzt schnell wenig an. Das war ein Sarkasmus in seiner reinen Kultur. Ich mach schnell Overdrive an und renn zur Bombe. Wir verlieren sogar Suits, Mann. Was ist denn los mit Easy? Was ist denn los mit seinem Waterhead? Ach. Ich bin so oft gerandomkilled. Wäre ganz schnell nichts für, Alter. Ja, aber du auch schon wieder snipest. So, weißt du. Du musst wieder auf BPU machen. Ja und? Pass mich doch. Ach. Ach Gott, Mann. Wieso ist denn so shit in Call of Duty geworden, ne? Ich weiß... Das gibt's nicht. Ach! Krado! Krado Lee ist da! Ich glaube nicht. Oh, Krado. Ja, dann geht's schon. Shipment. Nein, ich spiele Krado und dir kein Shipment. Krado ist schlecht. Das ist doch egal. Wie? Das ist egal. Ich will nicht die ganze Zeit misshandelt werden von irgendwelchen Helikoptern, Alter. Ich will einfach nur Shipment spielen. Ich will persönlich gar nicht. Das ist nicht egal. Hauptsache, er hat 5 zu 75. Die Punkte auf Shipments sind doch unglaublich. Er hat 5 zu 75. Er sagt, ja locker easy. Ich hab doch viele XP gemacht. Ist doch gut. Hä, wieso? Du hast doch nur 5 Kills gemacht. Ich hab viele... Ich hab das Hauptquartier eingenommen. Aber wir spielen Herrschaft. Oh. Oh. Der Riediger. Ja, jetzt kommen 5 Leute. Such Shipment, komm. Predo du pedo. Ja komm, okay. Jetzt können wir auch Shipment spielen. Mach dir ne Klasse mit 3 Nails, Feuerkraft und Martyrium. Was für Martyrium? Bin ich behindert, Alter? Na ja. Aber... Die geschenkten Kills. Servus. 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 Du Scheiß. Also auf Crash machst du auch genug Kills. Nee, ich nicht. Klar, du verrücktes Tunfischbrot, du. Würziges. Bei dem Namen kriegt man Hunger, ne? Credo ist ein kleiner Pedo Mit dir los geht's da immer, oder? Hättest du das letzte Mal mal eingeladen, hast du heute nichts gesagt? Ja, ich hab mein Headset nicht gefunden, ich hab mir jetzt ein anderes geholt Entschuldigung, dass ich nicht mit dir geredet hab, ich wollte dich jetzt nicht verletzen oder so Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen, also wir können auch gerne in eine Therapiestunde gehen und darüber sprechen, wenn du willst Ich hab die geflasht, oder? Ich bin im Haus Kleine Batterie für Headset da und ich bin einfach runtergesprungen, weil es mir genau geschrieben hat Ich will irgendwas kaputt schlagen, Alter, das gibt's nicht, Mann, ich springe um die Ecke im Martyrium und dann... Ja, ja, wo war ich hier? Ja, ja, wo war ich hier? Jaja, wo war ich hier? Boah, Tuna, du hast mir richtig das Leben gerettet Ja, 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 ja Ich weiß Hast mir richtig das Leben gerettet, Mann Alter! Easy, wenns nicht läuft, nimm M16. Tredo-Snipe, okay. Ich nimm die HPG, ey. Jetzt werde ich genated, bestimmt bald Easy wieder nach vorne. Warum rennst du in den Spawn rein, Easy? Ich wollte den Killer haben, lass mich in Ruhe. Ja, jetzt kann man suchen raus. Will hier irgendjemand B auch einnehmen, oder? Nee, hier nicht. Du, Alter! Wir holen das schon, jetzt bin ich tot, alles wegen Credo, ey. Weil er da steht und nix macht. Schon full flash. Ich helf euch mal. Ey, das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Was denn los von dir heute? Leute, die dann. Ach, kaum auf B ist einer. Wo haben die ne Drohne her? Credo, was soll das? Boah. Sind alle in der Mitte. Nein, ich sterbe. Wir sind in Führung. Ja, ich bekomme Narzis, natürlich. Ich schieße ihn auf den Kopf mit Feuerkraft, bekomme Narzis. Leck mir die Kimme bloß nicht. Was? Die Kimme? Oh nein. Okay, Barrett. So. So? Schießt denn hier ne Kopter direkt erstmal runter? Warum haben wir nie solche Loops, ey? Okay. Jaaa, der klaut ihn mir wieder vor der Claymore. Okay. Er sagt, er klaut ihn meiner Claymore. Er macht ihn nicht mal selber. Hilfe? Genau. Da war noch einer. Hab ich. Ja, einer ist bei... Ach, einer ist im Moos. Okay. Kommt der raus, bleibt da rum und macht den doll. Ey, einer kommt von rechts außen. Er zieht ihn in die Mitte. Ich sehe überhaupt niemanden, ey. Kann ich mal jemanden sagen, wo die sind? Sind die alle Back Alley, oder was? Oh scheiße, die gehen alle Alley. Ich pushe den jetzt. Einer geht Mitte durch, ne? Der ist mittens unserem Spawn gegangen. Mach die Übung sein Vater. Was macht der da? Ist der dahinter? Ich gerettet. Matyrium sein Mutter, boah! Hardmover, geh weg! Nicht sieh ein ihm, Verrückter! Nein! Was macht der da? Geh weg von Charlie. Und Nostrad, ja. Oh, da hat er geschlossen. Da kommt wieder einer, Philo. Ja, ich seh den nur noch. Das ist scheiße, ne? Ich seh keinen Gegner. Ich guck die ganze Zeit auf C, aber hier kommt einfach kein Schwein. Digga! Der ist unter dir durchgelaufen. WTF? Wer ist denn bei A? Ja, der ist durch. A wird in der Mitte. Ja, zwei Mann bei er. Warum denn bei A? Wieso tun sie uns was an? Nein, ich verstehe das nicht. Mann, der kommt, der kommt ins Haus rein. Oh, danke. Wer auch immer den gerade geschützt hat, hat mir Risch das Leben gerettet. Ach komm, ihr Fotzenköpfe. Du Fotzenköpfe. Du Fotzenköpfe. Ey, sie sind die ganze Zeit im Haus hier drin, Mann. Wo kommen sie denn her? Ja, sag ich doch. Warum hat mein Luftschlag schon wieder keinen Kill gemacht? Warum hab ich schon wieder das Aim meines Einbeinigen? Was? Meine letzten zwei Bursts. Du warst der Gewinner von ihnen. Oder nicht? Cool, na klar, die nehme ich. Oh, ich hab so Hunger, ne? Tja. Wie viele Sneakers, ey. Das ist echt lecker. Credo ist einfach im Kett. Du kleiner Pedo. Jo. Könnt weiterlaufen, ich will C. Ich hab einen Stunt in sie. Warte. Mein Controller macht wieder Spack zu. Wollt mein Controller auf, was ist das? Alter. Ich hab alle drei geklaut eben. Ich hab alle drei geklaut eben. Wir haben den Controller nicht mehr auf. Einer ist bei C durch. Ja. Das wär jetzt der dümmste Tod aller Zeiten gewesen. Und dann gib mir Wombus, du wär deine Mutter. Oh mein Gott. Wie er mir gegeben hat. Wie er mir gegeben hat. Ist mein Indie schon runter? Ja. Haben die runtergegeiert. Da komm, du Juggernaut, Hure. Leck mich am Arsch, du. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wie ein Geier. Wie ein LTE-Wichse. Einer ist irgendwo in die Mitte gelaufen am Flugzeug. Ach, im Heli. Er ist weg. Nice. Ich hab mal in die Mitte gelaufen. Ich hab den LTE-Wichse. Ich hab den LTE-Wichse. So, ich hab den LTE-Wichse. Ey, ich hab den LTE-Wichse. Boah, Leck! Wie kann man einen Luftschark in der Keine holen, Alter? Ach, sind nur noch zwei drin. Ist der Kaffee fertig? Leckst du bei euch auch so? Ja. Nein. Ich dachte, du wärst noch beschäftigt mit deinem Handy. Nicht mehr. Na gut. Einmal die Runde, komm mal schon fertig. Ja genau, Wambörst, ha du! Was sind die denn? Da ist noch mal einer drinnen. Der ist oben und Gebäude. Ach so. Habt ihr die Schnallen verkrault, der Bude? Ja, einfach einen auf dem anderen holt, Alter. Na ja, der hat gleich wenig. Ja. Ich kippe ihn hinten mal. GG! Irgendwider vier. Ja genau, er springt runter, er springt runter. Kein Fallschaden, nix. Ist voll. Ist normal. Ist normal. Ist normal. Einer ist in dem großen Gebäude drinnen, in der Mitte. Wo ich draußen muss. Nee, nee. Keine Risse. Ich kippe ihn schocken, nix. Ich kippe ihn nicht hin. ich kann einfach überall durchsprecher bei mir lebt sich bei mir schon mal kontrolle der eine ist bei c, gell? der kommt ja was hier vorne jetzt ja, die hätten so rasen es gemacht Gott, meine Hände, ey. Ja, geh auf. Was? Das ist mir voll unnötig, ey. Ich bin noch voll gestorben, ey. Ja. Na, Jungs, ich bin erstmal weg, ich muss ein bisschen im Battlefield 1 spielen. Ich bin später wieder. Oh, ha rein. Okay, ciao, ciao. Ja, ich auch. Bis später. Ciao. Ciao. Ja. 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 König gefangen, Team! See wird gesichert! See wird gesichert! Wir sind in Führung! Der Feind hat A! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Sehr gut! Deswegen liebe ich die Jogger noch! Der liegt da oben drauf, ich hab ihn nicht gesehen! Woll! Easy! Ich hab null Kills! Zwei Fahnen gegeiert, aber null Kills! Das war mein erstes Kills, fast! Ritten, fast! Kaum blockier mich nicht rein, dann bist du zu! Ich spruch dort! Mann, von wo?! Bei A! Mann, Mann! Don't steal it! I need it! Mein Heli macht schon wieder gar nix! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Wieso macht mein Heli nichts? Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Ach, er ist wieder auf B! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Das war's. Komm raus, mein Freund. Ich hab noch nicht raus. Wir verlieren Charlie. Ja, der Sniper zu nehmen war anscheinend die beste Entschuldigung. Nein, ich seh gar nicht. Juhu! Äh? Ach komm! Ich spiel die M4 Schall gedämpft und die ist so scheiße, die mir höre. Warum spielst du sie gar nicht? Ja, das meine 1 für Klasse ist, wo ich falle nicht da drauf hab. Ja, der Helikopter auf dem Weg! You don't need child and fire! Ich sollte die Sniper wegpacken ohne Scheiß. Unsere Drohne ist einsatzbereit! Schau mal, das war die Prozessor. Schau mal, das war die Prozessor. Ja, wird gesichert! Ja, nein, nein! Ja, ganz alleine bei A, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, das macht ja nicht. Das versteh ich mich auf dem Punkt. Ach, da wär ich gern dabei bei, Alter. Das ist so viel Fiss. Scheiße, du lagst voll, Alter. Ich weiß nicht warum, die ganze Zeit. Ich glaub, meine Prozessor müssen wir auch packen. Das tun uns manchmal lag zu mir. Oh, jetzt geht er mir aber schon wieder auf den Sack, ey. Okay. Oh, ja. Dich hab ich wirklich, der Sau. Da ist der Dropschloss. Der holt mich doch! Der ist irgendwie aufrecht. Hat schon viel. Ja, okay. Ah, ich denke, das ist auch mal eine letzte Runde. Ich werd dann auch mal ein bisschen größer machen. Vielleicht mach ich dann auch noch ein bisschen hin. Mal ein bisschen die Augen entspannen und so, you know. Können Gefangene, Team! Nanananana. Nanananana. Alpha wird gesichert! Alpha gesichert! Umbleibung! Er sind Entferung! Er füllt den Schönen! Aha! Er füllt den Schönen! Er füllt den Schönen! Wer wird gesichert? Bravo! Umbleibung! Er füllt den Helikopter auf den Weg! Alter, das ist meine siebte Fahne, die ich einnehme. Alter, das ist meine siebte Fahne, die ich einnehme. Wuh! 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 Ach komm, ich war doch hinter der Mauer! Wir verlieren A nicht! Gott! Ope! Eben wir verlieren A nicht! Wir verlieren A! Alle von uns! Und haben den Alpha verloren! Ey, meine Kugeln sind durch die durchgegangen, hoffentlich hat man das nicht gesehen, meine Kugeln sind einfach durch die durchgegangen. So. Hoi! Ach komm! Da ist ja auch so nicht so gut. Oh mein, das war ein. Oh! Oh! Yeah! Oh! 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 ja genau jetzt kommst du und oder und ja 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 Wir verlieren den Riffe! Weitliche Zone gestartet! Verlieren die Habe! Verbündete Luftagriff von der Welt! Scheiße! Weitliche Zone! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Ich brauche hinter mir Hilfe! Nein! Was? Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Wir verlieren Charlie! Verbündete Luftagriff von der Welt! Nein! Ach, das ist wieder eine Fische! Ich bin hier so rein! Nein! Ich habe auch die Bahn angemend! Zu Null! Aber viel und viel zu viel sauber! Ich mag die mit nicht! Ok, ne, Shipman spiele ich noch! Shipman kommt! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Na, auf! Wer geht da auf Zufall bitte! Verpisst euch! Ach komm! Wir haben ja den Schuss nicht gehört! Komm, Shipman! Den Shipman sieht nicht komplett aus! Was haben die denn alle gegen Shipman? So, Quartiere! Mir fehlen noch 23.000 Punkte, damit ich ins Prestige gehen kann! Das mache ich jetzt in dieser Runde! Hoffen wir mal! Hoffen wir mal! Zuvor hat man über 30.000 dp! Ja, aber das Problem ist, ich glaube, ab einer bestimmten Punktzahl rechnet er die Punkte gar nicht mehr! Also dann... Gerade hab ich nur 750 Punkte gekriegt, obwohl ich neuerisiert hab! Ja, aber du hast keine Fahne eingenommen! Ah, das ist die Junge, ich habe 440.000 dp! Das ist ja noch kein Scheiß, man! Da kriegt doch keine 700 Punkte! Aber 0 Fahnen! Aber keine Fahnen eingenommen! Ich hatte 8 Fahnen! Ja, das bringt 100 Punkte, du Quatschkopf! Pro Fahne! Ja! Und ich krieg pro Kühe auch 100 Punkte! 3,4 Minuten! Ach Scheiße! Ja genau! Oh, war Hammer! Naja! E gut, wir sind noch nie gew sticking! Das ist ja voll spannend! Ich bin wieder all dem Stempel! Und er hat den Mittelpunkt die Zeit tvåamt! KOMM! Ich bin dir bei A. Nein! Hilfe! Junge! Warum renn unsere Team jetzt wieder rüber? Ich hab nicht mehr. Ich glaub ich auch. Ich glaub ich auch. Alles 200 Punkte geht. Lange raus. Lieber 200 Punkte. Dann gibt mir noch ein Pils hier. Den letzten Platz. Nein, 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 der Hitmarker. Ja, ja. Nein! Immer! Ah, immer nur 4 Pils. Da ist einer bei A. Wieso? Jetzt darf ich das Brutto voll. Wir verlieren einfach! Wir verlieren einfach! Wir sind sicher! Warum krieg ich den Luftschlag? Oh mein Gott! 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 Ja, ich bin schon dabei! Ich hab's gleich! Nein! Ich wollte gar keinen Helik! Ja, genau! Ich wollte doch meinen Luftschlag benutzen! Ich muss mich den Helik machen, ey! Ah! 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 Schau mal, wo die Atme steht! Nein! Ne Muni! Er hat mich geneivet! Er hat mich geneivet! Alter! Er spielt Schagern auf dem Übrigen. Er hat's drauf! So, ich bin wieder ein vor Luftschlag! Den Helik geht's mir! Ey, warum hat er jetzt ne Pump in der Hand, Mann! Kämpfe mal einzunehmen! Hilfe! Warte, ich hab Luftschlag! Ja! Komm, komm, wir uns schweißen! Ja, ich hab Luftschlag! Komm! Wir müssen die Scheißflagge ein! Wir sind spawnen hier einfach überall, Mann! Vor allem müsst ihr das Spiel dann gleich verteilen! Alter! Jäger, was ist denn los hier? Wir haben 18 Punkte! 18 Punkte! Junge, wir sind sie richtig am vernichten! Mein Helik kommt jetzt gerade! Wir sind sie richtig am vernichten und wir haben 18 Punkte! Ja! Ja, aber ich kann nicht alleine die ganze Zeit die Flagge einnehmen, Mann! Ich hab ihn dreimal eingenommen! Ne, zweimal! Oder? Einmal! Ich hab sie achtmal verteidigt! Ja, komm! Gleich zu acht! Ja! Geh bitte! Ganz bitte! Ah, Hilfe! Ja, ja! Jawohl! Ah, ich hab einen Luftschlag! Perfekt! Ah, raus! Ah, raus! Ich komm schon klar! Ja! 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 Ja, er merkt es doch nicht! Ich brauche nicht mal eine Natürliche! Ja! Schön, du! Holhorst Ach, den E-Toten, ja Ja, mit Unterhundern Ja, A ist safe Der Form war OB, also die Runde ist ja vorbei Genau so ist das Ja, ich safe Ja, ich safe Ich muss mich auch noch Oh, ne Oh, ne Der Einen ist bei B drin Hast du auch was mal vor du weißt Ja, ich weiss Der ist immer bei B drin Der eine hoher Ja, war gut, so ist man natürlich Der Luftangriff Sie sind bereit Schau mal, wenn ich einen Luftangriff habe Wo ist die Luftangriff oder so? Ne Der 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 Ein Einsatz bereit. Verbündeter Luftangriff unterwegs. Wie wird gesichert. Wir verliehen, Charly. Wir verliehen, Charly. Wir haben die Unterstützung in Bereitschaft. Verbündeter Luftangriff. Nee, B.I. Bruce. Ja, genau. Ey, ohne Scheiß. Mein Team blockt mich einfach fünfmal, ey. Wollen wir, oder was? Ja, sauber. Keiner weiß. Wieso geht unser Teammate da rüber, damit wir B verlieren? Nein, wir verlieren B nicht. Das kippt euch. Nein, B wird nicht verloren. Ja, das ist ein Scheiß. Das ist ein schöner Maß. Er rennt alle auf B drauf. Ja, keine Ahnung. Sie wollen mich doch verarschen, hier. Ja, ich hab Luftgeschlag. Warte, ich hab Luftgeschlag über B. Verbündeter Luftangriff unterwegs. Wir wollen echt. Alter, auf B wollen wir nicht mehr. Ich hab Luftgeschlag. Warte, ich hab B. Nö, schönes Ding. Uh, der hat das. Gleich mit der Igel im Doublekill. Und noch einen gemessert. Alter. Super Abschuss hab ich gemacht. Ha, ha, ha. Ja, du Tottenköpfe. Jetzt will ich aber, dass mein Hele rausgeht auch nicht. Die schießen alle auf den Hele. Die gekloppt ist mein Hele. Ach so, ist nicht mein Hele. Nein, nein. Ich hab' die Karte. Ich hab' den Karte. Ja. Ich hab' den Karte, ich hab' den Karte. Ja. Komm, lass' die C einnehmen. Das ist mehr, das spielt länger gut. Jaaaaaah, die Eroberung spielt auch noch. Blöde Sau. ich habe einen Heli, ich kann den Heli auch nicht rausholen, sorry, habe ich jetzt erst raus gehauen. Er ist mein C4, das ist ja scheiße. Ja, ja, ich habe ihn gerade gestaunt. Was ist bei dem Papier? Die schweißen sie ganz bei CT und schießen mit Raketenwerfer die Uhrensöhne mal an. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe einen Hinzuhl, ich habe einen Hinzuhl. Ich habe einen Hinzuhl. Ja, der macht so viele Punkte an der Fahne. Nein, 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 die Medo hat mich einverlust. Er darf B nicht kriegen, nein, nein, er wird B kriegen. Oh Gott, ich höre mal den Krieg, du machst das besser. Er kriegt B nicht, ich bin da. Und jetzt lass ich noch ein paar Türen auf B fallen. Schöne Grüße. Was ist hier los, ey? Bleib ich hier mit der Pumpe bei B, ist mir egal, ey. Oh mein Gott, was ist hier los, Alter? Heilige Scheiße, diese Dreckpumpe, ey. Wir geben ihn noch Cupback, oder was? Den 1 Kill vor, ich pfla wieder, man. Darf ich den nicht bekommen, oder was? Ja, ich hab Luftzeug. Ich muss mich verfissen, ich bin gleich tot. Nee, vergib mir nicht, ich hab ein Luftzeug über B. Komm, 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 Luftzeug. Ach nee, es war deiner, ich hab auch noch einen. Mann! Ey, Digga, was ist das hier? Was ist das hier? Mein Luftzeug? Mein Luftzeug? Er kommt mit YouTube! Ja, ja. Gott, Mann! Alter, was macht mein Luftzeug? Ah ja, 1 Kill genau. Ob Shipment, 1 Kill mit Luftzeug. Alter, was war das denn, bitte? Jetzt mal ehrlich. 2 zu 100 und jetzt 200 zu 167. Wir lagen 100 zu 18 hinten. Und haben's noch geholt, also. Ich mein, ja, du hast 107, da brauchen wir nicht reden. Aber ich bin mit 62 zu 27 jetzt auch nicht unzufrieden. 29 Verteidigung, du 27, das sind Punkte jetzt. Jetzt wieder die Spiele P an. Jetzt wieder die Spiele P an. Jetzt wieder die Spiele P an. 16.000. Nee, nee, du musst mehr haben, oder? Na, mehr habe ich nicht. Ich hab 21.995, obwohl ich mehr hätte, aber ich kann nicht ins Prestige gehen. Was mache ich jetzt auch? Ach, wo kann ich denn ins Prestige gehen? Leck mich einmal schlosen das. Na, bin ich jetzt doof, oder was? Wo kann ich ins Prestige gehen? Keine Ahnung. Ah, bei Quartiere. Nee, nee, bei Quartiere. Prestige aktivieren, ja. Ey, bitte nicht Countdown. Worte mal für Zufall. Nein. Wieso? Nee, Countdown ist doch scheiße. Ich hab jetzt nur eine Klasse, die AK-Klasse. Mehr hab ich nicht. Ich hab nicht mal Smoke bei. Mann. Herrschaft. Naja, wie auch immer. Nein. Los, tun wir es! 1, 2, 3, 4. oh ja neues prestigio erst gestorben bin das passt stirbt einfach nicht bitte stirbt nicht nicht da rein du verrückter kommt er ja auch nicht mehr weg kann er ja auch nicht muslims sind auch so wie die reine an einer neuen mussten das war aber ich muss ja nachladen da kommen werden will sie nicht spielen soll man muss ja nachladen du musst aber weg die spawner Aluminium ja das weiß ich ja er muss jetzt verkaufen ja genau wieso können wir verblühen wie geht das das ist unglaublich aber ich habe noch bekommen nehme geht das am arsch Ah ja, das haben wir alle hingehen. Wir verlieren Charlie. Wir haben Charlie verloren. Genau. Was zieht es da in der Ecke? Ja, ich habe den P.O. zu wenigstens. Und Pimmelkippen. Ziel wird gesichert. Oh, man. Ziel gesichert. Wir verlieren 10. Wir verlieren 1. Wir haben Charlie verloren. Wir verlieren. Oh, jaja. Ich habe das. Wir haben den Einsatzort. Wir brauchen die Fходит. Wir brauchen den Einsatzorty. wir verlieren Heimat weiter da und abgüren abgüren ein dröhner Unsere Drohne ist einsatzbereit! Ja, laufen da rein in meine Nähe. Du hast das richtig gemacht. Du gehörst. Ja, so ist der Platz. Los tun wir es! Verbündeter Hubschrauber auf dem Weg! Ziel wird gesichert! 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 B ist in Führung! B wird gesichert! Ziel wird alles hier! Ziel wird gesichert! Ziel wird gesichert! Ey, du wirst dich so verarschen, ey! Ziel wird gesichert! 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 Flachüber! Verbündeter Luftangriff unterwegs! Wir verlieren sie! Ja, ich hab den nächsten Ehe. Obwohl meiner noch in Gericht ist. Jawohl! Ja, manchmal eine Bohrmaschine! Wir verlieren Charly! Ja, das ist gut! Ja, das macht ja eine Hegel mit. Ja, das macht ja eine Hegel mit. Ja, die Positionen abgeriegelt! Nicht nur in Weichen! Sie ist ausgeschaltet! Wir verlieren Bravo! Unser Drohne ist einsatzbereit! Komm, nächste Hegel raus! Komm! Ja, Hegel draußen! Na, komm um sich! Ich weiß, dass du da bist! Die Sau kommt nicht um sich! Ja, komm ich um sich! Hallo! Na! Wie war das für dich? Auch so bringt irgendwie für mich? Wir verlieren A! Ach! Wenn ich dich nur abschlaufe! Wir verlieren Charly! Wir werden hier siegen! Weiter feuern! Wir haben Charly verloren! Wir verlieren mich! Wir verlieren mich! Im Endeffekt! Sie sind gewichert! Wir haben Bravo verloren! Unsere Drohne bleibt! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Wir gesichert! Zu�� Mann, Alter! Verwendeter Luftangriff unterwegs. Ziel wird gesichert. Helikopter Lass uns zu den Berichtschutz. Verwendeter Luftangriff auf den Weg. Er ist direkt hinter uns vor. Ja, ja. Ich verliere mich. Über die Runde kann ich mich jetzt nicht beschweren. Und mal gut ins neue Prestige gestartet. 31,6. Passt. Alter, wie viele Punkte ich gemacht habe. Spiele B 15.320. So, ich brauch ne Klasse. So, hier das, 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 das. Nehmen wir das mit. Nicht helfen, entweder suchst man nach einem kostenlosen Umkonverterprogramm, das irgendwie für die Dateien umändert. Und das, 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 das. spielen wir mal die doofe mp5 gleich auf zur b oder ja ach komm f*** dich warum geht der Huf um so'n Ball C rein? stirb alter aber wir verlieren C nicht ich hab ihn ich hab ihn ich hab beide B.A. weg geholt hilf mir mal kurz ich bin so was von one shot ich hab ne Drohne, ne der ist noch einer B.A. ich bin so one shot ich hab die zwei noch geholt aber da konnten sie sich noch annehmen das ist ganz cool ja ja komm schon nee das sind jetzt alle da mann wir verlieren ja ja genau wir verlieren bravo wenn er zu sein was verlieren ich prank mich wie gesagt er gibt mir Quickscope genau er gibt mir den Quickscope pack mich das schon wieder ab wir hatten richtig guten Spawn und die machen alles kaputt diese Idioten wir werden auf jeden Fall rasiert worden wir verlieren Charlie wir hatten auch sowas hier wir haben Charlie verloren ja er geht wieder rein stirb alter lass dich jetzt extra töten danke ich hab mich jetzt extra sterben lassen ja genau oh scheiß Lappenlister ja da hat er das Zwerge holt hab zumindest mal zwei mal wieder das ist ja was ne Perone ist doch immer was wo kämpft die Sau dahinten oder ja aber ich hab dich geholt egal ich bin ein Verluftschlag gestorben das muss ich wissen die sind da alle wir müssen eine Fahne einnehmen Leute wir haben die Führung verloren wir haben die Führung verloren für um andere Leider nicht mehr nein was ist der äh OT Was? Was ist das denn? Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Oh mein Gott. Hier noch mehr. Ach Mann, ich habe ihn nicht gesehen. Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Die Erinnerung war frei. Oh Gott. Was hast du denn hier denn? Ja klar, sauber! Hellbogenschuss, genau! Ja, ich glaub nicht, wo das geht. Nicht wegen dem Erzieren, was? Wird gesichert. Der Feintrad A. B gesichert. Wir sind in A. Zusandes Interaktion. B gesichert. Verbündeter Luftaktiv ist unterwegs. Was ist denn hier? Ja. Wir verlieren Sie! Was? Ich hab den bei A. Habe ich. Mal ein. Boah, ich bin schon im Level Set. Alter, nach zwei Spielen. Das geht hier so schnell. WXB macht das richtig Spaß. Jetzt noch. Ah, der blöde Sau. Hier. Ah, da hat er mich schon gespreddert, Alter. Ah, er spawnt neben mir mit der Pumpe. Natürlich! Warum nicht? Kann man machen. Muss man jetzt nicht, aber absolut bin ich leider meiner. Kann man machen. Was ist denn da, Junge? Das ist ja komplett Bananen, oder was? Was ist denn da, Junge? Ah, jetzt. Also, sag mal ein. Genau. Ich bin in den Sumpf gezogen. Gut. Genau. Du kannst das. Was? Das M.G. ist einfach so krank, ne? Nein! Wieso? Jetzt die M.G. nur raus. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht sein eigenes Problem sein. Nein, natürlich. Ah, komm ey! Er sitzt nur in der Ecke. Ah, komm ey! Er sitzt nur in der Ecke. Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Noch ein M.G.? Ja. Verbündete Rufschrauber auf dem Weg! Luftange ist nicht bereit schaffen! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Wir verlieren, Charly! Wir verlieren центren! Wir verlieren! Wir verlieren! Wir verlieren! Oooo, markieren! Machieren! High-end, mach das direkt! Glimmer! Nein, ergibt mir! Jawohl, 52-10! Jawohl! Jawohl! Credo, ich kann leider nicht aus dieser Lobby rausgehen. Warum nicht? Die Lobby ist Premium, muss man so sagen. Nee, Spaß, komm, ich geh raus. Mach jetzt eh ne Pause. Mach jetzt eh halbe Stunde das Täuschen. Ich mach dann die eine Runde hier noch fertig, damit sie gut kriegt. So.